Soll man jetzt noch was machen? Ein halbes Stündchen? Von mir aus? Ja, wie lange dauert denn die Endmission? Sonst würde ich schon fast sagen, fangen wir die mal an. Dann benden wir das Spiel heute, quasi. Ich kann dir das nicht sagen, du. Wie lange die dauert. Vermutlich nicht so lange. Gemessen an den anderen Missionen. So, mach mal die. Auf, zum Safehaus. Weil dann quasi benden wir das Spiel offiziell. Und die restlichen Sachen ist dann einfach nur die Map clear. Das Spiel quasi zu 100% spielen. Aber weiter aufnehmen, oder? Ja, klar. Okay. Das wäre tatsächlich mein erstes Let's Play, was nach dem Finale weiterläuft. Ja, siehste mal. Denkt hier an den Spinnen, ne, Jungs. Der ist schon Spinnen. Wow, Rall. Warte mal, Rall. Warte. Wow, der. Beweg dich mal. Beweg dich mehr. Beweg dich mehr. Was ist? Du stehst einfach so. Du schwebst quasi, ohne deinen Fuß zu bewegen. Okay. 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 Wo ist das Spinnen hier? Kann man zurück, ich schweb. Ah, jetzt schwebt er nicht mehr, schade. Was sind denn? Äh, safe. Hier. Ach, da. Oh Gott, ey. Jetzt schwebt er wieder. Ah, ha. Entschuldigung. So, raus. Raus hier. Ich verrecke, ey. Wie geil das aussieht. Er schwebt neben mir die Treppe hoch. Jesus, Reborn. Er schwebt immer noch. Oh, ha, 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 ha. Komm, dann schweb ich mal so so ins Finale. Jetzt schwebt er nicht mehr, ach, schade. So durch eine Mission schweben, das wäre geil. So, jetzt komm. Boah, die Vector ist so geil. Da hinten sind noch mehr. Noch deine Granate. Boah, wie hier der Loot droppt, ey. Ich muss mal alles aufsammeln schnell. Boah, die fehlen Boosten übrigens. Ach, alles gut. Das macht dieses Let's Play besonders. Was? Ich muss sagen würden. Nicht sterben. What the fuck? Oh nein. Wie der in den Luft gegangen ist. Das war ich eventuell ein bisschen schuld. Wie so zur Hölle läuft diese Sprachnachricht die ganze Zeit in Schleife. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wenn dein Handy ist solche Nachrichten, äh solche Geräusche machen, ne? Sekunde, ich habe äh wieder eine Kiste beigeschaltet. Smallpox, but similar, which means it's a designated variation. Smallpox is the base on which a designer made all the racials. Now, live smallpox exists in only two places, DCD and Russia. The base virus had to come from one of them. Ah, schönes thing, schönes thing. I would have heard if their security had been breached. So, Russia. Now, let's think about the designer. Are there virologists with connections to both New York and Russia? In fact, there are two. One's Russian, one's American. A little research tells me both for New York on Black Friday. Thank you, Shade. Okay, krass. Okay, ich hab wieder eine AK, die scheiße viel Schaden macht. Ich hab gerade eine Sniper bekommen, die macht 39. 69.000 Schaden. Meine AK macht 89, doch, 89.000 Schaden. 89.000 Schaden. Ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall vom Finale mal eine vernünftige Waffe zu haben, gar nicht mal so verkehrt. Oh ja. Und mit diesem Magazin, was irgendwie alles verdoppelt, find ich echt geil, wa? Das ist das beste Magazin überhaupt, ja. Ich glaub, ein besseres gibt's gar nicht. Daher dann natürlich für diverse andere Skillungen, sowas wie hyperschnelles Nachladen oder so, aber naja. So, das Finale beginnt. Jawoll. Tja, dann machen wir uns das doch mal auf, ne? Sprengstoff. Oh ja. Boah, da streamen die da schon raus, ne? Alter, über 100 Malen Damage. Alter, mach die Geld Damage, alter. Du hast Spaß gerade, wa? Ich auch. Ich bin nie wieder von der Vector weg, alter. Wie geil. Ich hab wieder meine AK, ich bin auch zufrieden. Was? Geht hier ab. Warten, bis die JTF die Tore gespringt haben, ja. Da können wir ja ewig warten. Oh, wann kommen die denn, die Idioten? Ach, guck mal, die lassen uns die Arbeit machen und kommen dann erst nur. Typisch. Jetzt, was macht der? Jetzt guckt er sich noch die Beschaffenheit des Tores an, oder was? Kannst du, kannst du, alter, mach, breck, blick, blick. Ja, boah, ist das, der ist hyperintelligent, der bleibt davor stehen, einfach. Ach, das, okay. Verlassen Sie das JTF Team, das Beste, was ich heute gehört habe, ja. Diese nichtsnutzigen Pappenheimer, ey, das ist... Boah, nicht aufregend, alles gut. Ich darf es verrecken. Attaché! Boah, boah, boah! Boah! Nein, ich schweige es! Headshot, geht läuft ja mir vorbei komplett auf ignore gestellt war das ist so ja keine gefahr und so keine gefahr und dann war ich doch da was das heißt wir müssen die scheiße hier platzieren mal gucken wie groß das bumm ist was das ding macht geiler countdown ist die anfälle kriegt und hier ist die tasche tasche taschen gekonnt nein ich bin schon wieder da ich gucke wie der boden beschaffen ist damit wir die nächste planung aber wunderbar auf tisch ist man das finde ich super Oh, 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 oh. Oh, 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 oh hier drüben auch auf jeden fall kaum machen die hinseite kiste ist noch besser dankeschön da hinten liegt blut Oh ja, oh ja, oh ja. So, und nu? Ach, die haben da wieder so'n Geschütz stehen. Ja. Ich geh schon hin, schalt's aus. Ich versuch's zumindest. Wie dann, was meint man? Ja. Habe ich grade Schmerz noch festgestellt. Down. Ach, shit. Okay, äh, das Kabel verläuft nach unten. Shit, die Steuerungseinheit ist irgendwo anders. Ach, die Steuerungseinheit ist ganz dahinten, oder was? Aua. Jaha, ich bin down. Ja, ich auch. Oh Gott, ey. Diese blöde Geschütz, wa? Ja. Oh ja. Shit. Vorsicht, hier unten bei dem Truck ist ein gelber Sniper. Ja, ich weiß. Geh mal runter. Ich bin tot. Fuck. Scheiße. Fuck. Ah. Wow. Okay, also, let's beginn von vorne und so. Yup. Das wird nicht passieren. Ja, okay.